Tipp Nummer 17. Erlass des Wahlausschreibens. Welche Bedeutung hat das? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Matthias Verslich. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAF. Das Wahlausschreiben ist der Startschuss der Betriebsratswahl. Mit seinem Erlass ist die Betriebsratswahl offiziell eingeleitet. Das Wahlausschreiben ist bedeutsam für einige Fristen. So können Einsprüche gegen die Wählerliste nur vor Ablauf von zwei Wochen seit Erlass des Ausschreibens eingelegt werden. Auch die Vorschlagslisten sind ebenfalls vor Ablauf von zwei Wochen seit Erlass des Ausschreibens beim Wahlvorstand einzureichen. Die ganz wesentliche Bedeutung des Wahlausschreibens und dessen Erlass ist aber diejenige, die Arbeitnehmer darüber zu unterrichten, dass eben eine Betriebsratswahl stattfindet und wie das gesamte Verfahren abläuft. Deswegen ist es auch so wichtig, dass der Wahlvorstand kontrolliert, dass das Wahlausschreiben an einer oder mehreren geeigneten Stellen im Betrieb aushängt und ausgehängt bleibt. Daher dieses Mal dieser Wahlspruch. Das Wahlausschreiben ist wie eine Art Navi. Wenn man es beachtet, landet man in Rom. Denn alle Wege führen ja nach Rom. Damit aber auch alle Arbeitnehmer in Rom landen, braucht es eben zusätzlich noch das, den Erlass und den Aushang des Wahlausschreibens dort, wo ihn alle lesen werden. Mein Name ist Dr. Matthias Ferstl und wenn Sie wollen, dass auch Ihre Kollegen die wertvollsten Tipps zur Betriebsratswahl bekommen, dann teilen Sie doch dieses Video. Danke sehr.